Ja, hallo meine kleinen Food-Liebhaber und herzlich willkommen wieder zu einem kleinen Eis-Check. Ja, und zwar habe ich hier einmal die Oreo-Eiscream-Bites für euch im Test. Ja, ihr seht schon, das sind so kleine Oreo-Kekse in Eiskonfektform. Ja, es gibt sie mittlerweile auch schon etwas länger. Ich habe sie aber bis jetzt noch nicht probiert. Der eine oder andere kennt sie vielleicht auch noch nicht. Ja, ihr kennt ja vielleicht alle das normale Oreo-Eis oder dieses Oreo-Eis-Sandwich. Ja, das sind jetzt mal hier kleine Eiskonfektstückchen. Und ich bin schon mal sehr gespannt, ja, auf den Geschmack. So. Und so sehen sie aus, ja, wie kleine Oreo-Kekse. Hm. Auch schon sehr, sehr weich. Ich habe davor schon mal ein Video gedreht und habe sie ein bisschen zu lange antauen lassen. Aber es geht gerade noch. Hm. Oh, und auch richtig, richtig geil. Richtig schöner Oreo-Geschmack, ja, mit diesem Vanille-Eis und mit dieser dunklen Kakao-Glasur. Leute, das ist richtig schöner Oreo-Geschmack, ja. Es ist, ja, es schmeckt einfach richtig nach Oreo, ja. Es ist keine Verarsche. Ich habe ja schon mal den Oreo-Milch-Snack für euch getestet. Der hatte mit Oreo gar nichts zu tun. Das hier ist echt richtiger, geiler Oreo-Geschmack. Leckeres Vanille-Eis. Auch tolle Portionen. Ich glaube, hier sind acht Stück drin. Die kann man echt locker so einzeln wegsnacken, echt. Ähm. Ja. Gefällt mir auch viel, viel besser als das Eis am Stiel. Auf einer Skala von 1 bis 10. Auf stolze 9 Punkte. Finde ich richtig, richtig lecker. Ihr könnt ja gerne mal in die... Oh Mann. Jetzt fallen die mir hier schon raus. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die so findet. Ob ihr sie schon probiert habt. Und ja. Wie schade. Jetzt muss ich leider diese drei auch noch essen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Hier oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.